Willkommen zum zweiten Teil der neuen SOSI Mavic Tutorial Reihe. In diesem zweiten Part geht es darum, wie ihr Prefab Objekte in eure Map importieren könnt, wie ihr Objekte von anderen Maps exportieren und in eure Map importieren könnt und wie ihr Placeables automatisch in eure Map reinladen könnt, also so Sachen wie E-Ladestationen und auch Fahrzeugverkaufspunkte und Tankstellen, die zählen auch dazu. Erstmal geht es darum, wie ihr ganz einfach Prefabs in eure Map importieren könnt. Dazu müsst ihr eure Map erstmal im Giants E-Tour öffnen und dann gibt es hier dieses schöne Fenster, das im Giants E-Tour integriert ist. Das bekommt ihr, wenn ihr hier auf Window oder in Prefabs klickt und dann seht ihr hier sehr viele schöne Objekte. Diese ganzen Objekte, die ihr hier seht, sind im offiziellen Giants Mod-Tab hochgeladen worden und von Giants getestet worden, das heißt, sie sind wirklich gut. Dann haben wir hier verschiedene Kategorien, zum Beispiel hier halt zum Beispiel einfach alles, Building, Furniture und so weiter. Wir hätten jetzt gerne ein Gebäude, das heißt, wir klicken hier auf Building. Wir hätten zum Beispiel gerne diese Maschinenhalle hier und können einfach sagen Import Prefab. Ansonsten könnt ihr hier noch zum Beispiel ein paar Infos dazu sehen und auch Vorschau-Bilder und ihr könnt das Ding auch noch bewerten, wie ihr das Objekt gefällt. Ich gehe jetzt einfach auf Import Prefab, dann lädt das einen kleinen Moment, das lädt das jetzt drunter und findet das in eure Map-Dateien ein. Jetzt könnt ihr nochmal ganz kurz auswählen, ob das hier so richtig ist, denn es gibt hier verschiedene Varianten in dem Fall. Wir wählen jetzt einfach mal die erste Variante aus, sagen OK und sehen auch schon, dass das Objekt wurde importiert. Das heißt, das Fenster kann geschlossen werden. Unser Objekt ist hier, das können wir jetzt einfach mal anklicken. Können jetzt, sehen wir noch nirgends, das heißt, wir klicken einfach mal STRG B und klicken irgendwo hin. Dann haben wir auch schon unsere Halle hier. Diese können wir ganz normal positionieren. Und ja, die Dateien von dieser Halle werden in unserem Map-Ordner gespeichert. Und zwar unter Maps und dann unter Prefabs. Und es ist jetzt hier unser Machine Service Prefab. Da kommen alle Prefabs rein, die ihr euch über dieses Fenster unterladet. Dieses Prefab könnt ihr jetzt natürlich ganz normal auf eurer Map platzieren. Und ja, ich habe das jetzt erstmal ganz schön platziert und habe ein bisschen Terrain-Editing hier gemacht. Und jetzt würden wir gerne noch eine Tankstelle hier platzieren. Und die hole ich jetzt von einer anderen Map rüber. Und zwar von der Erlengrads. Die habe ich jetzt einfach auch schon mal im Editor geöffnet. Zum Objekt von anderen Maps rüberholen, müsst ihr einfach die Map entpacken. Und dann müsst ihr da einfach die E3D mit dem Giants Editor öffnen. Und dann nehmen wir uns zum Beispiel jetzt mal in dem Fall diese Tankstelle hier. Wählen wir aus. Gas Station kopieren wir uns dieses Gebäude an sich mal. Und jetzt müssen wir hingehen auf File, Export Selection with Files. In diesem Fall würde auch Export Selection reichen, da die ganzen Texturen sowieso aus dem Data Verzeichnis geladen werden. Wenn wir jetzt jedoch von einem anderen Map Gebäude nehmen, wo auch benutzerdefinierte Texturen drauf sind, dann müssen wir sagen Export Selection with Files, damit die Texturen noch mit übernommen werden, in die neue Map rein. So, ich speichere es jetzt einfach hier in diesen Hauptmaps-Ordner von unserer Empty Map rein. Wie ihr das nennt, ist eigentlich erstmal egal. Feichern. Ja. Und ja. Weil es wichtig. Dann können wir hier auch schon wieder schließen. Jetzt können wir einfach das Fenster hier ein bisschen klein ziehen und können das mit Drag & Drop hier reinziehen. Alternativ können wir auch noch über File Import oder hier über diesen Import Button gehen. Jetzt können wir einfach die Transform Group nehmen und mit Steuerung B hier hin platzieren. Und natürlich auch ganz normal anpassen. Ich habe mir jetzt an der Stelle nochmal ein bisschen die Asphaltfläche hier vergrößert, die Mitte hier schön stehen kann. Die andere Map können wir jetzt eigentlich schon wieder schließen, brauchen wir nicht mehr. Und dann können wir diese exportierte i3d-Datei auch schon wieder löschen, also diese Shapes-Datei und auch die normale i3d-Datei. Als nächstes würden wir gerne halt auch so eine Funktion verbauen, dass wir hier halt tanken können und auch hier unsere Fahrzeuge, diesen Trigger-Bereich verkaufen können. Diesen Trigger-Marker findet ihr einfach auf den Startmaps, könnt ihr euch auch genauso exportieren und hier einfügen und ist auch bei der Empty Map mit am Anfang nicht dabei. Zum Trigger-Verbauen brauchen wir ein Placeable, welches wir im Data-Verzeichnis finden können. Und zwar erstmal hier für Scale Station findet ihr auch im Programmeinstallationsverzeichnis beziehungsweise unter Steam, Steam Apps. Je nachdem, ob ihr es per DVD oder per eShip oder halt Steam habt. Und dann unter Data, Placeables und zum Beispiel jetzt hier Map Alpine und dann Gas Station. Dort habt ihr die Gas Station i3d. Diese können wir uns jetzt auch einfach einmal hier in unsere Map reinziehen und können diese einmal mit STRG-B hierhin platzieren. Und das ist jetzt der größte Trigger-Bereich, in dem man tanken kann. Den können wir jetzt einmal so ein bisschen platzieren, dass es ganz gut passt so. Und das ist jetzt der Bereich, in dem wir mit R auftanken können. Als nächstes müssen wir in die Placeables XML. Diese finden wir jetzt in dieser empty Map unter Hauptverzeichnis und dann unter XMLs und Placeables. Und dann habe ich euch in der E-Bereichung noch eine TXT verlinkt, mit diesen Einträgen hier drinnen. Diese Placeables kann man dabei aber auch noch unter Maps oder in irgendeinem anderen Ordner legen, je nachdem welche Map ihr bearbeitet. Das ist ganz klar. Müsst ihr mal selbst gucken. Und ansonsten habe ich hier euch noch so ein paar Beispiele dabei und ansonsten hier die Gas Station. Die können wir uns jetzt mal so rauskopieren und fügen die einfach mal hier so ein. Im Endeffekt ist das immer so aufgebaut, dass wir hier immer so eine Mapbound-ID haben. Was das ist, da könnt ihr reinschreiben, was ihr wollt. Dann haben wir hier eine File Name, also wo dieser Trigger in dem Fall rausgeladen werden soll, denn wo er positioniert ist und ob er rotiert ist. Und dann habe ich hier noch so eine kleine Bemerkung hinzugefügt, damit man auch sofort weiß, was das überhaupt ist hier. Ja, dieser Pfad, der führt halt jetzt in dem Fall hier zu dieser Gas Station, I3D, zum Beispiel zur Gas Station XML, wo halt das E3D rausgeladen wird. Und jetzt können wir einfach hier hingehen zu dieser Transform Group, können uns hier die Koordinaten kopieren und da einfügen. Aber vorher können wir nochmal ganz kurz was überprüfen, und zwar hier die Map Position. Das ist nämlich der Punkt, wo man am Ende im Spiel hinteleportiert hat, wenn man sich da halt hinteleportiert. Und deswegen will ich jetzt nochmal so mehr nach vorne verschieben, nicht, dass man da im Gebäude steckt. Ganz wichtig zu beachten. So, dann können wir uns einmal hier diese Koordinaten kopieren und einfach hier einfügen, die XYZ-Koordinaten. Einfach auswählen, STRG-C drücken zum Kopieren, dann hier STRG-V zum Einfügen. So, eine Rotation liegt in diesem Fall nicht vor, das heißt, brauchen wir nichts einzutragen. Ansonsten würde ich noch ganz gerne hier drüben diesen Fahrzeugverkaufstriggerpunkt einfügen. Das heißt, wir müssen uns einfach diesen Selling Station Vehicles vorhanden raussuchen. Diesen findet ihr unter Data Placeables Lizard Selling Station Vehicles. Und da habe ich auch schon mal den Eintrag hier rausgeschrieben. Diesen können wir uns auch einmal schon mal kopieren und unsere Placeables X-Mail einfügen. Auch wieder genauso aufgebaut, halt hier der Fahrt muss immer stimmen. Es gibt hier verschiedene Arten von Fahrten, zum Beispiel hier Data. Das führt immer zum Spielverzeichnis. Dann haben wir zum Beispiel auch noch hier Map-Dir, wenn wir irgendwelche platzierbaren Objekte direkt aus dem Map laden möchten, dass wir die halt irgendwie fest in die Map als Ordner verbaut haben. Und auch nochmal Mod-Dir, um irgendwelche Mods, wie zum Beispiel irgendwie Blitzer-Mod oder so, die einfach halt eine externe Mod aus deinem Mod-Ordner ist, reinzuladen. Dazu kommen wir aber gleich nochmal, wie das geht. Und ansonsten nehmen wir uns jetzt einfach auch diese Selling Station Vehicles, können hier die E3D wieder reinziehen und können diese einfach wieder mit STRG-B platzieren. Sehen dann hier diesen Trigger-Punkt, wo das Icon zum Verkaufen ist und haben hier den Trigger an sich. Den können wir jetzt einmal wieder ein bisschen schön schieben, dass das ganz gut passt hier. Können wir natürlich auch rotieren, wenn wir wollen und so, aber das sieht erstmal ganz gut aus. Das heißt, wir nehmen uns auch hier wieder die Koordinaten auszuwählen, STRG-C kopieren, STRG-V einfügen. Auch hier haben wir wieder keine Rotation, das heißt, das können wir einfach mal so lassen und dann passt das auch schon. STRG-S können wir immer nutzen zum Speichern. Diese beiden Trigger-Punkte hier können wir im Giants Editor löschen, die brauchen wir dann nicht, weil die werden halt extern über die XMLs und die E3Ds, die wir hier über das Data-Verzeichnis verlinkt haben, eingeladen. Ansonsten habe ich noch ein paar andere Sachen aufgeschrieben, und zwar die Charging Station und zum Beispiel die Speed-Camera. Es gibt die Möglichkeit, dass entweder halt alles so sich reinzuziehen, halt hier auch wieder die Speed-Camera ist halt ein Mod, dazu kommen wir gleich nochmal, aber jetzt hier die Charging Station ist halt auch im Data-Verzeichnis, können wir uns auch einfach reinziehen, können dann die Koordinaten in die XML eintragen, mit diesem vordefinierten Eintrag hier. Für andere Objekte könnt ihr einfach einen anderen Namen vergeben und auch den Fahrt halt dementsprechend anpassen, wenn ihr irgendeine Halle verbauen wollt oder so, geht das auch. Und ansonsten zeige ich euch jetzt nochmal eine kurze Möglichkeit, wie ihr einfach was ingame platzieren könnt und euch daraus die Koordinaten nehmen könnt, falls ihr das nicht im Editor platzieren wollt. So, ingame angekommen, sehen wir auch schon unsere ganzen Gebäude hier. Wir können jetzt hier ganz normal tanken, können wir mal einsteigen. Sehen im F1-Menü auch hier das tanken mit R, funktioniert auch und ansonsten können wir uns auch auf der KTN teleportieren und so, geht alles. Hier drüben können wir auch an diesem Tracker ganz normal unser Traktor hier verkaufen und das geht auch alles. Jetzt würde ich ganz genau eine Sache ausprobieren und zwar würde ich ganz gerne einen Blitzer hier hinstellen und dieser soll automatisch reingeladen werden, obwohl das halt ein externer Mod ist. So, jetzt platziere ich den jetzt einfach mal ganz normal. So, den platziere ich jetzt einfach mal hier hin und jetzt, vor allem was wir machen müssen, ist das Savegame zu speichern und dann in LS zu schließen und dann geht es gleich weiter. So, als nächstes gehen wir hier unter Dokumente My Games Farming 2022 und dann suchen wir uns das Savegame raus, in dem wir gerade gespielt haben, in meinem Fall Savegame 20 und öffnen dort die Placeworlds XML. Jetzt sehen wir hier erst mal die beiden Einträge von den Sachen, die hier raus direkt reingeladen wurden und halt unsere Speedcamera. Diesen Eintrag können wir uns im Endeffekt drüber kopieren, aber ich habe den schon ein bisschen kürzer gemacht, so wie wir ihn eigentlich nur brauchen, denn es gibt jetzt ein paar unnötige Sachen, zum Beispiel hier diese ID können wir rausnehmen und auch das Age und Price und Farm ID können wir rausnehmen, weil dann steht es einfach generell da. Das heißt, ich nehme jetzt einfach mal diesen gekürzten Eintrag hier schon mal raus, den ich euch schon mal vorbereitet habe hier. Den fügen wir einfach mal hier unten drunter ein. So, und jetzt brauchen wir noch die Koordinaten zu übernehmen, das heißt, wir nehmen uns einfach mal hier die Position komplett raus, fügen die hier ein, die Rotation nehmen wir uns hier auch einfach raus und fügen die ein, aber im Endeffekt könnt ihr auch einfach diesen kompletten Eintrag hier rüber kopieren, also zur Störung C kopieren, hier Störung 4 einfügen und dann wird das auch automatisch reingeladen. Das könnt ihr im Endeffekt mit jedem Placeable machen, wie ihr wollt. Im Endeffekt könnt ihr das dann entweder in Giants E-Toy importieren, die Koordinaten dann hier rauskupieren, aus der Seite einfach und dann in die XML eintragen oder auch einfach in den Spielplatz hin und direkt aus der Safe Game Placeables XML nehmen. Und ja, by the way, wenn ihr euch fragt, haben wir Satora animiert, das wird in einem späteren Tutorial nochmal erklärt werden. Und ansonsten war es das mit diesem Video erstmal wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen, ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Auch nochmal ein großes Dankeschön an unsere Kanalmitglieder, Erik20 und Bushi. Abonniert gerne, um den nächsten Part nicht zu verpassen. Bis zum nächsten Video und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.